Hi aber falls es nicht schief gehen sollte ist der Stream lag frei und der ist lag frei wir haben das mit jetzt schon verloren ja sorry das ist ja auch super schwer gestimmt ja ich habe sie das kreppteam nur mit kreak und ein problem werden und rothuk sei ja nicht so wirklich weil sie kann ich jetzt schon einen helden sagen gegen den wir eigentlich keine richtung von der haben wir haben kein solcher wir haben kein mit kreak ja da doch keine kreak wir haben denn die haben aber nur mit wieder was machen und diesen auch super schwer ich weiß nicht und man hier oben ist gar keiner zu mühen ja ähm das ist echt dürfen auf einen neuen Level LOL was geht für euch ab alter sorry dem Model ich wurde inzwischen gehetzert von Rotor Rotor hat Highlights er ging die KI super schwer weil ich dachte ich bin mehr try harder also ich bin nicht ab wie ein KI JA! Er ist jetzt gewöhnt Alter, der Rotor hat mich echt vertraut der tötet ähm den unseren Rotor aber Superstrap mit mir auf die XP wir haben mit Turner auf ein Headshot wow Heilung brauche ich Alter, nein! Aua Aua das sieht der letzte, das sieht nur auf den Kopf Aua EG Müssen die ein Bord haben? Drei Zwei Eins Hä Hä Wo bleibt das da von Sarah Bäh Aua 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 Boah Ein właśnie To אפ 箱 いい einfach smash bei 5 m Und dann habt ihr alles zerstört. Ähm, GG. Er solo-oiltet mich und er kriegt mich nicht. Ach, wach, wach, wach. Er versucht mich zu solo-oilten. Guck mal! Ich spuste mich nach oben. Ich spuste mich nach oben. Ich spuste mich nach oben. So, hör mal, Renni, was geht da eigentlich? Äh, bin geschossen aber nicht verloren. Ja, sorry. Ich spuste noch nicht verloren. Ich spuste noch nicht verloren. Oh, das ist gut, ey. und das ist so sack hier der reichste meinung aber ich kann wieder machen jeder hat eine eigene meinung die er eutern darf ja die erde auf meinungsholz gerufen kacke rot hat er mit füchung gerufen also zu Ende nicht der reichste hat mir ganz gut Aua Janirohle ist vorbei vorbei und auch die garsten ein goldwaffe stelle sie einen freund von mir immer noch nicht es war schon so viele Tage her ich kann mir eine kaufen aber ich hab mir noch nicht gekauft es war so lange her und du hast ja immer noch nicht die Waffe gekauft das meine ich ja fuck ja auch nicht zugezwungen ich würde dir für Hanzo oder Geld ich würde dir für Genji empfehlen Junge okay ähm ich sag mal Rolf hat Highlight was hast du an die Healing? I need to heal er hat die Tour nicht Healing ah fuck ich will doch schon mal mir ist gerade schon mal gleich ich hab die Tour gefallen mhm du encuentst du hörst du wirst ich frage du wirst du wirst du wirst Und wieviel ist das, dass sie ein Mega-Kunst-Skill hat, hat bei Aufstand? Ich kann nichts machen, außer... Was war das für eine Rache? Bobby-Kreis! Äh. Kein Kommentar? Lauf, Nara, lauf! Sie sollen sterben! Nicht! Okay, wir stehen mal behind you. Hallo. Hallo. Guys, da sind Fros, schnell weg hier, das ist eine Schenkfabrik. Also du hast wirklich selbst von Kammer? Das ist eine Schenkfabrik. Da werden wir Geschenke so brauchen, um zu sehen. Etwas Hilfe wäre gut. Voll, bring sie runter. Oh, da werden wir geschenkt mal runter. Irgendwie liebt mich Roadtrop, oder? Also der Feindtische. Ja, Nara, da war so ein Fros, der mir hat sich runtergesprungen. Sie sah so... ...einen Feestabend mit Geschenke, roter Saria, wir uns in Spawn! Roter Rotter, wir uns in Spawn! Roter Rotter, wir uns in Spawn! Roter Reaper, wir uns in Spawn! Das war alles nur Ausreden, Sarah. Genau. Ja, das ist nur Ausreden. Oh, ne stimmt, wir haben ja ne Zarya. Ah! Boah, der schmerzt mich. Ich weiß nicht, hey. Wieso so ultiert mich der Reaper? Ja, das kann nicht. The Reaper! The Reaper! The Reaper! Halt die Freizei los, jo! Perfekt, die du einen ist noch klar lecker. Unsere Moira ist einfach gerade aus Versehen noch zu von der Mepfung. GG, Bruder. Boah. Mein Ult ist ready, ready, ready. Ich sterbe wegen dir, oh yeah. Ich weiß, ich werde bescheiße, wie du es sehen kannst. Ich bin McPhee. Man, das ist doch klar. Boah, das ist ein Butterdrachengebiet. Aber... ...wir müssen wir hier freuen. Schränke... ... ... Sarah los, du musst contesten. Nur für mich? Nein, okay. So Sarah, do it, just do it! Do it! Oh, yes. So good. When you try your test, ... ... ... ... ... ... ich hab nur einen es geht sowieso nicht in unseres sets, ist es doch egal Fedes hast du auch nur dich, ich weiß auch nur dich nicht Fedes ich guck mal ob jetzt der Stream leckfrei ist leck ja ich lecker auch immer ja ich leck auch gerne ah manche Rüttler und man sieht man den Bildschirm doppelt, die G just say it ja wir sind so leise merke ich gerade wie mit Freunden du hast Freunde nee das Spiel meist so sag wir mal okay aber in der Bildschirm mit YouTube Hintergrund ja ja nein hört sich höchstwahrscheinlich was geil in der Bildschirm ist richtig in der Ecke einfach schön viele schwarze Ränder ja ja was soll man denn mit also das ist so weh geschlagen der Fliegen wie Genji ja das ist zu groß der Bildschirm viel viel zu groß ey ich bin der Fliegen wie Genji kommt ihr mal Aua ich war der Fliegen Entschuldigung ich seh nur einen großen Bildschirm wir versuchen zu groß und das ist so ja das ist so ja okay als gegen 1 nicht mitmachen sache das liegen das 1 0 ist 1 ich die schlauptiger holen auf seineläufe für genzüge auch tiger Ich bin übrigens kein Lauchtiger mehr, ne? Ja, ist mir aufgefallen. Komm, Herr Bruder! Ich bin ein Oberlauchtiger. Ja. Fünf? Ist zu easy. Nein, ich möchte sie trollen. Ja, wie willst du sie denn trollen? Hallo. Ich geh mal da einfach. Ja. Wir haben die Bello. Aua! Ha! To easy. Aua! Ähm. Hallo. Ich übernehme das. Ich geh weg, klassischer Rückzug. Aua. Ey, lass die mal rauskommen. Ich will ulten. Ich will ulten. Lass die mal ganz rauskommen. Da war ein Loch. Aua! Erstmensch! Dragon! Blade! Auf! Destruction! Boah, war doch schlecht. Haha. Vor allen Dingen der Reflect am Ende. Der war richtig schlecht. Weihnachtsbrüchstücken. Ja! Ich lieb's zum F. enthusiasm. Ich freue mich. Ich brauche den Weg. Du bist nicht, aber du kannst nicht. Du bist nicht aufgoda. Feier einfach... Ich bin übernehメer. Ich weiß nicht, wenn du nicht auf mir was zu erinnerst. Ich bin übernehme. Oh nein. Ich bin übernehme. Oh, ich bin übernehme. Ich hab F**k auf! Ich hab F**k auf! Genau hier am Mutant! hier ist es alle hier ist das mädchen dann einfach so und dann kommt einfach genau die wie willst du ob die waffen voll und wie soll ich sagen der ich muss um welchen schloppen hier muss man wegen das ein tue ja wie gesagt er ist auf sache dass ein hand so Ah, nix. Ich hab alle abgelenkt. Aber, ah, hinter euch. Aua. Oh, mir ist einfach nur, wie du spielst. Ach, Alter. Also zuerst kein richtiges Rank, Junge. Sarah, kannst du mich hier boosten, wenn du kommst? Ich hab vier Eliminierungen in Gold-Eremen. Freakin' Freakin' wie die hatte. Ich hab keine Healing. Du hast mehr Kids als ich, also. Du bist ein True Gangster. Aber ich muss... Keine Besser als Mercy. Boah, ja. Für Sen Gold-Waffen. Das wär's. Keine Besser als Mercy und Sen Yatter. Kann einer einfach sagen, ich hab die Goldene Nüsse. Mit dem Ding an Bogen. Ja! Nur mal für Sen, Junge. Euer Fisse Mythra! Iva, komm doch zurück! Uuuh, Hi, Wolf! Aua! Raus, Tiger! Graue Nüsse. Wie lange wird das bleiben? Ja, das ist ein Dara! No one can die. Oh, das ist ein SmallBinger, aber dafür ist mein Gold ready. Äh, Kraus, Tiger, you're at some point. Ja, ich tüte. Ich höre nur, falsches Geschütz voraus. Ich habe 1 vs 1 gegen die Moira gewonnen. Und dann habe ich verloren. Dann kam der Hanse. Fahrt! Voll rück! Ist das denn euer fucking? Ernst? Gelber Schlimmer hat in Sporn seine Ult angewacht. Wem ist es noch schlimmer? Ne, auch wohl nicht. In Sporn hat er sein Ult angewacht. Oh, wie legendär. Einfach rein, einfach rein. Holt sie euch. Come and catch LMA. Und dann habe ich mal sie. So, 1 vs 1. Ich hasse das aber. 1 vs 1. Let's R. Easy to do the metal. Okay. 100 Meter der Fracht bleibt. Das ist doch überschwerer. Ja. If I your best I don't start back clean. Do you have just need any... Ey, könnt ihr kurz das Turret ablenken? Ich holt mich kurz den Torcbier. 100. Hehehe. Lol, ich habe einfach einmal so eine volle Salve auf dem Road gekocht. Und ich habe einfach den. 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 Und ich habe voll ulti gesucht. Ich try your best I don't go back me. Ha, halt schon. Halt schon. Rachen von hinten. Rachen von hinten. Räume freilig. Räume freilig. Ich war das selbe. Oh! Der kommt mir viel von mir gefallen. Du bist voll reingelaufen. Ich wollte nicht rein sein, aber da bin ich hängen geblieben. Und der ist hier so. Hei, du guck mich hoch. Da war vor mir fällten so mehr Quill runter. Ja, so. Oh hell. Hey, ich dich hier. Ey. Was war das? Ey, order that. Oh, er hat auch seinen Flash. Oh, der... Alles klar. Die Tourist platziert. Kann unser Scheiß-Jabal. Die Reife von ihr hatten? Danke. Der will ja auch nicht richtig von der Brücke, ne? Jush. Jush. Hör auf zu singen. Du... Nur coole Leute können singen. Bist du cool? Ja. Ja. Enthusiasmus. Wuhu. Los! Ich hab den Roll für Ketchup gegeben. Oh Gott. Du bist recht um die Ecke. Jui. Ne, echt. Hab ich ihm grad schon gefragt. Alter, wenn ich jetzt Thorpe den Highlight bekomme, ist Fiek. Obama. Du hast ne Heilkugel in deiner Presse. Boah. Hast du mal mehr? Hat er grad emotet? Ich kann gleich rein ulten. Just for the info. Rauch die an der Brücke. An der Brücke. Hä? Ich sag... Ich sag hundertmal an der Brücke. Ich sag hundertmal an der Brücke. Ich bin so... Hä? Ich bin gestorben. Nein. Ich hab mich grad auf... Ich hab mich grad auf der Turret konzentrieren. Ich will eigentlich rein ulten, aber niemand müsste... Ich hab dauerhaft aufs Turret geschossen, der hat keinen einzigen Leben verloren. Ja, geh Bruder. Ja, ihr müsst jetzt eigentlich das Turret ablenken, wenn ich ulten soll. Auf, 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 auf. Macht aber niemand. Weil jeder ist... Ich bin frei, und der ist ausgerüstig. Als ob. Alter, ihr müsst das Turret ganz kurz ablenken, falls ihr eins habt. Wenn ich ulten soll. Rein ulten. Gute ulten. Da ist also das Turret. Also ich könnt noch drüben hinfliehen. Also ich... Ich könnt... Wenn ich noch... Ja, das ist Turret aber. Immer... Ich würd das nicht überleben, niemanden zu tun. Turret, der ist irgendwie kaputt. Es ist low. Turret ist so low. Wow. Ja. Ja, kein... Kein Komter. No one can fuck me. Wuhu! Ich hab seine ulten zerstört. Wuhu! Und wir werden verlieren. Wuhu! Ich hab noch Holz hier rausgebracht. Holz hier rausgebracht. Wow. Ein Applaus für euch. Ein Applaus für euch. Keine ulten. Macht es damit egal. Okay. Geez. What? Excuse measan muss ich nicht mit dir rausn? Ein Applaus für euch. Man fragt zu euch, würde ich nicht hinlegen. Sie haben eine Plataire 이름. Sileplaat Tung. Olari kann ich mir nicht an! Oh Gott... High five... Oh ja, I'm not strong... Slick man! Oh ja, Slick man... Oh ja, Slick man! Oh ja, Slick man, Slick man! Ich muss nicht mehr Höack. Oh ja, das ist ein Smash, der nicht zu haben! Ein Teil an den Kürger zu sehen! Ich bin selbst nicht zu klein! die lauchtiger 2 ich habe das ich bin weg nein die mich zu pervers Ich hab nur die Kunde gesetzt. Die haben nur Reinhardt, das kann ich sagen. Oh, ich hab mir gerade die Fälle verfehlt. Oh, ja, flipp, flipp. Sonst geht's euch gut und mir. Okay, da reicht's. Oh, wo ist das? Ich hab's an neben dem Spawn gebaut. Funktioniert doch gut. Haha, hat ja lang gehalten. Ich werde doppelt auf. Ich werde bei dir bleiben. Nee, tschüss. Weil nichts zu zerstören ist, jetzt muss ich es bei Sarah bauen. LoL, Sarah wurde geheadshotet. Sarah, was für ein scheiß Video hast du? Also, was für einen Link hast du mir da eigentlich geschickt? Ohohoho. Wer hat denn sein Porno? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin grad schon in den Web mit jemandem breiten. Wie, OP ist mein Turret? Ich brauch's ja... Ja, okay, okay, Sarah, da komm, da komm. Aber... Boah. Hier, Sarah, Rüstung. Hier, du auch. Junge, da! Wo ist's denn? Wo ist's denn? Wo ist's? Ich bin blind. Warte, wo ist's? Ich muss das, ja. Ahhhh! What? Ich brauch dich arsch, kid. Ähm, hi. Das ist keine... Ach, du bist da, du bist da. Da, du bist da. Wo ist's denn? 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 Ach, echt? Alle hassen mich einfach. Nur weil ich Torbys... Oh mein Gott! Ach, die sind's! Mit schneller als du, Sarah. Wuh! Let's escalate it, bro. Das ist doch so. Einmal wo ist's für mich, einmal für euch. Noch mal ein bisschen für euch. Halt! Und schütt! Aua. Ich will dir einfach an Feier wie mit Torbys. Das ist so. Ich wollte einfach auch stehen mit. Das ist so fällig. Oh, das ist halt nicht mal ein Orisa-Shield oder sowas. Nein, fuck ey, ich hab... Nur weil ich den Scheiß-Dange verkackt hab. Hab jetzt den einen hat nicht mehr gekriegt. Ach man ey, wie doof war das denn von mir? Ja. Einfach da hin. Richtig schön den Hang so, den Gang weggehauen. Und dann erstmal richtig schön beim Ro... äh, bei Dingens hab ich dann richtig schön verkackt, alter. So, weil ich mit dem einen Kackdash an dem Kackteil da hängengeblieben bin. Oh man, ist das ärgerlich. Ja. Nein, mein Turret. Ich kann nicht mal bei Turret bauen. Los, rauch die gar. Ulte, wenn du kannst. Nee, du kannst ja nicht. Du kriegst auch irgendwie nix mit, oder? Ja, ich bin auch nur bei bei Turret. Ich hab eben grad schon geultet. Oh. Geh, geht guter. Zwei Minuten Durchhalt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warum hat der, heißt der gegnerische, äh, gegnerische Roadtop so ähnlich wie die Fotzen-Tricks oder so? Kann mir das mal bitte jemand beantworten? Ja, du musst. Da ist ja ein Dreck. Ähm, der geht erst mal da ran. Ich hab da draufgegeben, hat keine Antwort. Oh Gott. Wuuu. Oh, da wäre ein Dreck. Das ist Zeit. Nein, Turret! Was? 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 Ich bin grad dabei. Ich weiß, ihr seid so kleiner. Ähm. 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 Okay, okay. Ähm. Ja, mir geht's sonst gut. Danke der Nachfrage. ich weiß ganz schön pfeifen ja geil ich bin direkt in den bäufer eingedäht was jemand muss an die Fracht ein kommenter danke los reinhard und bitte bleibt an der Fracht danke einfach an der Fracht bleiben nein Hilfe Jugendamt los Rauch Digga du musst reinholzen dann nicht die Fracht 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 als die Fracht die Fracht Vielen Dank. ich sage das war frieden machen okay ich komme zur brücke das macht aber nix okay ich war auch nichts das braucht sie gesuchen was sie keine sagen wir haben noch nichts gemacht wir suchen nach hier bist du hier ist aber nichts machen nichts machen wir können wieder zurück gehen alle alle zu ihre startposition wo wir gesponsor dahin okay ich gehe zu meinen sporen dann sagt dann legen wir ab 14 minuten legen wir los okay also 5 4 3 2 1 let's go es ist neu vielleicht sarah hat den falschen knapp gedrückt weil sie sagt dass alles zu ihr kommt nein sarah das ist eigentlich mega ass was ich jetzt mache aber ist mir egal oh den den oder die gar kilo ja äh danke schön z nein da bist du cool boah mann ey, wie soll dein kacklasern ja komm ich bin da auch rein hart ich glaub ich sag so boah ich muss den scheiss schön sagen wo bist du? ich bin kein Hund, wenn da bin ich ne Katze Er kann zwar kurz den Torben kill, wegen seiner Brüder. Easy. Ich wollte ner Penis. Ein Wuster für dich. Leute, irgendwas ist hinter mir. Deine Mutter, du hast recht. Was hab ich noch gemacht? Wie die Nigge. 160 DM. Alles klar. Irgendwie lang haltet ihr Schild aus. Who are you now? It landed on the stairs we can't lie. Why I try to survive. Where are you now? Where are you now? But I have other dreams and you have other dreams. Faded. So we lost our fate. 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 Oh, Frost, Alter. Dein Scheiß-Treech hat einfach meinen Reifen zerstört. Ich weiß, da ist Geld dran. Man, das ist zu geil. LOL. So random irgendwo hingeschossen. Oh nein, waren wir beide auf Sarah? Sie ist bei mir. Oh nee, die Terra jetzt. Ähm, get wrecked. Du frisst mich niemals. Nein! Also jetzt hast du auf einmal diesen Spin oder was, Junge? Fühlst du, der ist jetzt cool? Sarah, ich wollte gerade den Rauchdinger töten. Ach, ist er nicht? Ah, fuck. Ich komme leider nicht hier mit. Ich hab sie. Er ist einfach des Todes. Oh Mann, geh doch weg mit deinem Kack-Kamehameha, Alter. Das ist halt Kamehameha. Ich glaube, ich hab nie gekuckt von Fisch. Näh! Aua! An dieser Stelle will ich jetzt sein mit dem Maul halten, Junge. Agiert in Fisch. Nö. Irgendwie, ein bisschen zu Sarah, lass mich mal ganz kurz. Lass mich ganz kurz. Wir machen kurz Peace, okay? Wir gucken, der kriegt jetzt kurz seine Rache. Okay, weiter geht's. No Peace. No Peace. Wow! Meile ich schon. Wir gucken. Aua. Aua, gar nicht brutal oder so. Alter. Lass mich Saga! Und den Skinn habe ich auch auf der Scheiße. Hahahaha. Danke, du hast mich gerettet. Aua. A forget. Nein! Töte mich doch! Ich hatte 5 vp! Wie inkompetent bist du denn, um mich zu töten? Alles ist besser als Reinhardt! Wie viel geht es denn? Komm, ich habe hier schon ein bisschen Schaden gemacht. Kein Kommentar! Es ist ein Bär, es ist ein Flach! Es ist ein Flach! Nein! Es ist ein Flach! Es ist ein Flach! Es ist ein Flach! Es ist ein Flach! Interessante Falle? Muss man sagen? Von mir war die... Oh nein, er hat Genji. NEIN! NEIN! Ja, gut gemacht. Weil Genji ist echt okay, weil er kann halt einmal death. Holger ist noch schlimmer. KOMM HER! Alles klar. Ja, leider. Bitte lass mich doch! Danke. Ich suche die ganze Zeit nach ihr und sie ist da oben. Ah, da ist ein Burst, da ist ein Grand. Nein! Es ist ein Burst! Es ist ein Burst! Nein! Was hast du? Das ist zu viel für mich! Was ist? Ich weiß nicht, wie hoch ich einfach grad geflogen bin, Alter. Ich hab mir einfach grad so gedacht. Ich glaub sie sich doch nicht aus. Es ist ein Burst! Es ist ein Blader und Junk! See now! Ich hab grad nur voll in mein Gesicht geflogen. Also, eine Leiche. Todesrange! Ich glaube, du hast meine Range überlebt. Sarah ist nicht dein Ernst, Alter. Wo hat sie sich getötet? Dann nix? Schau auf, die war auf der Brücke. Wollen wir beide auf Sarah? Was? Ich hab reflektet. Sarah ist im Pussy-Raum. Aber guck mal, ich reflekte und sie hat mich trotzdem erschossen. Hä? Wie geht das? Bei mir habe ich sie doch reflektet. Hä? Jetzt ist sie in der Widow-Ecke. Glaub mir jetzt die Obst. Lass mich bitte. Laucht wieder, bitte. Lass mich bitte. Danke. Ich kann jetzt weiter kämpfen. I hate my life. Nimm das zur Fahrt! Ich sag mal, du hast überlebt. Okay, g Van. Wuh! Was? I, 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 what do you mean? Wo ist der Noob-Junk? Da ist der Noob-Junk! Nein! Digga! Stop it! Du motherfucker! Ey, wollen wir gegen ein Sarah-Team? Ich war das gerade fucking ernst. Wo ist sie? Äh, bei der Winnow-Ecke hat sie mich zuletzt getötet. Da war sie. Da war sie. Wir machen kurz das Team, okay? Ich bin Sombra. Sie ist open, bei der Brücke. Jetzt geht sie runter. Okay, da bist du. Lass dich um Google. Da sie! Ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Lass weiter Team. Aber geh von mir weg. Ich werde jetzt ulten, okay? Geh in irgendeinen Raum rein. Dann bist du safe. Okay, klar. Du kannst wieder raus. Wo ist die? Die dumme Fotze ist hier oben. Ich seh's, ich seh's. Sorry für deine Starkfalle. Ich seh's. Nein, fuck. Wo ist sie? Ich bin hinter dir. Keine Angst. Hab sie, hab sie. Geh weg. Ich verdrehe sie da rein und... Geh lieber weg. Das ist du. Das ist du. Lol. Lol. Folg den Drachen. Ich bin dein Bruder. Der ist mit der Kampfentscheidung kommt. Wo ist der? Oh, get rekt. Hey, komm her. Fick dich. Fick dich. Zweiter Platz. Ich bin so gut. Nein, wir warten nicht. Nee. Nee, wir warten nicht. Nee, wir warten nicht. Nee. Nee, wir warten nicht. Nein, wir warten nicht. mach mal bitte rankt an wieder okay ein rauchtiger lauchtiger noch da ja ich als heute vielleicht mal erst 8 bekommen cool oder was ja ja es sagt plus sogar da reicht ihr was wird nun so ich werde gewaltig heute ich habe so ein richtig dummes video geschickt ich will es jetzt nicht verwissten sie hat geschrieben kenne ich schon wow na 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 so so er wird heute die goldwaffe kaufen gleich für zen oder so so Nein! Verteidigung! Lauchtiger? Lauchtiger? Ha 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 ha! Ha 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 ha! W-W-W-W! W-W-W! W-W-W! Z-J-W-W! Ey, raucht die, die kommen von oben. Hat keiner auf meinen Weg geschossen, bin lieber gestorben. Wuhu! Ah, heil, heil. Wie hat er das, glaub ich, gerade geschwiegen? Hm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. kannst du es contesten als ob jungen was für die kuh habt ihr behaupt kommt kommt meine kraften kommen unsere anna ist auf deutsch ja anna wir haben das so verloh ich habe auf jeden fall sauviel aim gerade äh du willst hier wirklich sein deutscher ist alle 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 könnte auch deutsch sein wer könnte auch deutsch sein ralle aus dem gegner mhm bei den die 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 Komm zurück, komm zurück, Jum'e! NÄH, DAS STELCH DICHT! ALLES KLAAR! GEGE! Wie er mich einfach so lohnzückt? Jum'e! Heute ist mein Reihard-Aim und sowas wie noch. Nee, du machst gleich Probleme mit dem Chicken-Man. Okay, der McQueen kann nicht deine Ult machen. Okay. Ja, stimmt, wegen meinem Schild auch. Also ich hab ihn nicht irgendeine Ult gekillt, sondern ich hab, äh, verhindert, dass er sie braucht, ne? ALTER! Was? Ist heute noch mal aimlos? Ich hab dich errückt genug! Sorry! Aber! Setzt doch nicht, ich bittesch! non! lol Los, mein Knackiger, Alter, Reinhard! Ja! Ich werd knackig! Heute ist mein Aim mit Reinhardt am Arsch. Wir haben sowas von verloren. Der kommt sowieso nicht in die Sets, aber trotzdem. Wir sind Brüder. Was ist das? Wirklich? 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 bei dieser brücke da bei der ersten brücke da also vor der fracht es geht ich helfe dir mal oh ne der chicken dinge spielt schon wieder winston du denkst du bist tot hier ich bin das kein rest wir haben sowas von verloren ach man sah ja dann nimm doch das scheiß medi paket und heil dich wieder auf das ist aus in der luft lol nein meine süßigkeiten wird gleich leer meine letzte erfährst du ok ich hab sie und werde jetzt sterben ok wir brauchen irgendetwas gegen den scheiß winston oder ein konter gegen winston was ist ein konter gegen winston reaper reaper stimmt ach man jetzt war mit sich sara die kann nicht mehr spielen echt und wer ist der beste mccree gegen mccree äh nein wer ist der beste mccree äh ich weiß ich weiß wenn du meinst ich weiß wenn du meinst warum war ich so dumm hast und darauf auch gleich noch meine ult gemacht ey und dann wir brauchen noch einmal ich habe den der der die 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 Das Souljaring zurück zum Impfen. Hallo? Meine Hand kann ich schlettern. Ah da ist er wieder. Feist so ich hier. Oh jetzt rückt er. Seyfe hat also gar kein Bock mehr. Wenn du willst, kannst du gleich wechseln. Zu weh denn? Repa war jetzt bisher Repa. Da bleibst du. Genji oder so. Ah! Hallo? Ich werde noch mal rein ulten. Gucke fest! Er ist online! Ja! Okay. Ähm. Wieso freue ich mich so? Okay. Er reicht mir. Ja ich glaube der ults. So. Oh. 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 Oh Ralle ey. Was. Was. Was haben ich für Freunde? Oh. 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 Ich mach gar keine Brühe! Oh, wie legendär! Der war so nervig, ne? Ja! Kugel fliegt, du kleiner Fratz! Der ist noch nicht im Watch Channel! Hallo Kugelfiech! Hallo! Hallo! Und ich streame das volle Info! Was? Stream! Ja, ja! Und ich bekomme morgen mein Handy! Cool! Was heißt morgen, gleich heute? Du kriegst heute dein Handy? Ja! Mein geringeres S8 Plus! Ich wollte eigentlich das normale, aber S8 Plus ist irgendwie billiger in Saturn. Praktisch, warum? Ist irgendwie so ein Angebot. Ja! 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 Und jetzt aber! Vaddu! Ja! Wurde! Ja! 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 keine heiler so muss das perfekt er kann man sagen dass one day wechseln soll so perfekt ja da bist du schon kurz zum mega ass der bild sich das ist nicht der 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 reinhard hat jetzt zu er zu besten bewechselt hat immer noch rum hätte ich so ja aber nicht mehr so wie sehr die letztes jünger die letzten streams waren die hölle jede sekunde todesleck und da ich lief ab und zu mal sechs wie viele leute gucken zu ich glaube null oder so das ist so viel mein todesfall ist ready to go gucken nur ist zu alter nein einer du bist der eine stimmt stimmt ich gucke jetzt also ich gucke gerade ganz aber sonst kommt man zu oder da ist eine choice nach oben gekommen ich verteidige die front von mir aus weil ich auch an der front sterben ich habe die farra von ganz genau move oh nein kann ich den streamer ausmachen dass ich meine eigene stimme höre ich bin voll leise in deinem stream echt nicht sterben aber ich werde sterben so du musst mir gleich sagen ob ich ob jetzt lauter bist im normalen fall sollte sollte jetzt lauter sein ich gebe einfach alles in der front und sterbe nein nein ich möchte nicht warum warum habe ich die die rest warum habe ich versucht die zurecht ja das ist das kann ich nicht beantworten auch wenn ich ihm ist es sei für den legen deren jacquett buch da sind zwei laden bunt die fände die euro los zu laufen auch gott ich glaube hinter bist du trüße Wer ist das? Lucio? Ja, nö, nö, nö. Es sind da, es sind da, es sind da, es sind da! Ich habe ihn. Lucy! Ah das ist, da ist ne! Mein fucking Gott, Alter! Das ist unser Telep... Willst du kein Teleporter? Äh, bitte helf, okay. Aber ich hab den Möchtel gesehen. Wir sind super cool. der wahnsinn wohin führt der teleporter sagt mir nicht in den tod doch dafür bist du man nicht sterben und das ist möglich ja natürlich ich heiße sie warum spiel ich weiß es ist eine rolle ich weiß es ist eine rolle ja ich muss ich habe mein leben ich bin ganz gut vom test damit ich schulden kann warum guck mal ich verstehe ich verstehe wieso ich war und ich wechsle einfach ich bin ich bin geniege ich habe sie wie heißt wie heißt ein kanal eigenwerbung ok ok in wagen um hast du eigentlich oben warum hast du overwatch als fenster offen das ist eine lange frage ich kann ich mal so lang können die jemand auswählen oder oder mehr report einfach david nie zu gamers der ist ja dafür nämlich stufels ich bin genji main pro gamer pro gamer einfach david can you just feel the pain nein du hast keine mehr nä 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 sie gehen jetzt zu diesem raum drücken h und nehmen den ersten hüro den sie sehen mara 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 ich kann nicht mehr sein der reise viel spaß ist kann lange dauern nehmann das ist eine mine ich werde meine flüchtlinge mal zu zerstören we are number one und ich hab die pera gekillt ich bin hinter ihnen oh fuck alter die röschung durch als gäbe es keinen tag aber es gibt ja noch einen tag leider als gäbe ist kein morgen als gäbe ist kein morgen als gäbe ist kein tag weil es ergibt gar kein zent denn ich bin so krass 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 kein krass wenn mal wenn du ein bekcha dass ich das días ich habe gesagt ich klingel alter was hast du für den klingel so G Nein ich habe gerade so G gemacht was mir meine mutter nah habe gehört das wird noch die Kristen zu Ihr hattel ja Tätle Ich habe đó Ich hab nur so gedacht, die Tränke. Coming up! Das ist das Spiel auf Englisch? Nein. Oh, fick dich. Ist ja... Töte doch die Mercy! Was ist die wichtigste für alle? Soll ich reinholen? Go, go! Nein, der Screening! Das ist kein Kilo gemacht. Ganz ehrlich, ich hab die... Was hat gesagt? Aber der hat den ganzen Team überlebt, dann hat Tracer mir den abgestaubt. Ich bin Hans und ich bin nicht. So durchgehend am Abstauben. Was ist das? Falls es euch nicht aufgefallen ist. Er raucht dir und du hast doch blonde Haare, oder? Ja. Cool. Cool. Wie seht ihr so aus? Rauchtiger. Deine Haarfarbe. Nichts Rauchtiger. Kugelfisch. Ah! Was? Was für Haarfarbe hast du? Hast du Haarfarbe? Warst du? Ich hab braune Haare. Haarlappen. Schwarz. Haarhaare sind die besten Haare. Ich hab schwarze. Herr Toffi hat mir geschrieben, ob er gleich mitmachen kann. Schrefe! Affe! 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 Okay. Also haben wir einen blonden, einen braunen und einen schwarzen. Das ist so falsch an. Hat sich grad so rassistisch angehört. So ein blonder. Nein, das hört sich einfach falsch an. Rückgeschlossen vor! Okay. Fahr ich durch. Ah! Was denn? Mein Kill. Ich schaue doch einfach den Point. Wir greifen an, als wir bis morgen. Als gäbe ist kein morgen. Wir greifen an, als gäbe ist kein morgen. Nein! Was? Einfach nein. Typical. Ich hasse euch. Ich glaube ich bin in euch reingerannt. Ne, ne, ne. Sie hat das an sich zugemacht. Ja. Ich bin einfach dafür. Also kann das mal mehr sein. Leute, ich hab ultimative Fähigkeit. Cool! Und ich werd nicht sterben. Ich hab meine geraten. Ich hab meine schon. Ich hab meine schon. Ich hab meine schon. Ich hab meine schon. Einfach nein. Hi! Wir greifen an, als gäbe ist kein morgen. Hi! Als gäbe ist kein morgen. Hi! Wir müssen von low. Äh, ich hab ultimative. Oh mein Gott! Soll ich ultim? 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 Ja, komm. Oh, rauf! Rauf, dieger! Los! Oh, fuck! Das war so richtig. Ich bin ein Eis-Modus. Mit alleine auf den Punkt, Leute. Ein kleines Münchenlein aufgefreut. Ich bin weg. Was wird nur passieren? Fuck! Hier ist Huntheit. Danke! Huah! Opa! Ey! Jetzt bist du mir drauf wie Tracer ist tot. ja ich habe ich kann rein und ich mache das waren da so vielfach vor der kühler können wir das bitte jetzt mal schaffen wir haben wir schon nicht gemacht egal geht sowieso nicht selbst aber ist mir irgendwie auch nicht egal verdammte kacken müssen sie alter kann immer sterben krank gleich noch mal und ich guck gleich für schlau doch mit der scheißaffe was ist los mit dir warum warum muss mich die tür zu machen doch wieso habe ich jetzt eine wüte und ich habe jetzt einfach eine wüte und denkt dass die alle scheiße sind nein es ist nicht gerade noch eine zweite kleine mal auf Ich hab's mal kapitzt. One day, ey ich schwöre. One day, one day, one day, one day. Ab, Ull, ich sag Ull. So ein Abstauber, ne? Ich glaub nicht wie die Farrah sich grad selber aufhören. Der Punkt gehört mir! Habt ihr euch alle von meinem Punkt? Dann hab ich, ähm, die hatte halt wenig Leben und... Oh mein Gott. Das stimmt doch nicht. Keine Mann auf sich halt selbst schadengemacht, weil ich sie dann einfach nicht geordnet habe. Leute! Danke! Danke! Ich will noch ulten! Nein, bitte! Dann ulten! Davor abgesehen, dass ich heute nichts vergessen habe, geht's zu meinem Geschmack? Nein, zwei. Ich hab ein Keks gegessen! Zweig! Ich hab so wenig Erdlässhürer gegessen! So, ich bin, ich bin Hanseman. Ich bin Junkert, meine Karriere, ich bin krasser Hanseman. Ja, hm, ich glaub du bist kein Junkert mehr. Ich glaub du hast sogar Junkert. Ne, ich liebe Junkert. Aber ich hab 25 Stunden Hanse also. Ach so! Hä, wie, wie hast du das? Hä? Und ich hab äh 22 Stunden Junk Red. Was hast du gemacht? Du warst doch vor paar Tagen Junk Red als erster Platz. Junge, ich hatte schon immer so viel, so viel, Hanso. Also früher hab ich richtig viel Hanso gespielt. Ja, geht mir aus, aber ich hab nicht bei Anja so viel. Ja, ich war halt früher Hardcore-Hanso-Rank. Ja, ich war nur in der ersten Season. Hanso, mein war sogar Gold eingerankt. Frag nicht, wie das geht mit Hanso. Ja, ich bin halt Junk Red und Hanso und 23 Stunden Junk Red. Ich hab 22 Stunden Junk Red und 25 Stunden Hanso. Ich habe glaube ich 19 Stunden, genau, 90 Stunden Junk Red. Und 16 Stunden McCree, Barfield McCree, Junk Red einholen. Langsam aber wahr. Gut, das müssen wir jetzt schaffen, dann sind wir die Sieger des, des, äh, von Anja. Alter! Haben wir einen Heiler? Ja, wir haben einen Neurer. Immerhin. Da ist ein Roadhog. Nein! Was? Ich dachte, das geht nicht mehr. Was denn? Der, der Roadhog hat mich herangezogen und einen Hedgehog gegeben und dann war ich tot. Einfach ins Ding. Ja, er kann immer noch Hedgehog geben. Oh, Meno. Das geht bis heute noch. Hä, das, ne, ich, ne, das geht nicht mehr. Doch, schon die ganze Zeit. Er hackt, er hackt. Was? So soll ich's gemacht? Wir haben keine Zeit mehr Leute, ne? Ach echt? Wie hat's? Ja! Okay, ich schau mir an, ob das Ledged war. War das Ledged? Ja, es war Ledged. Ich komme! Let's go! Oh Gott, nein! Alter, ich rasiere! Du ist halt nicht, aber egal. Doch, ich habe einen Hedgehog und dann noch ein Kill, aber das war's. Los, lauf! Hör auf die Laus! Sie wollen, dass du schärfst! Also hör, was sie machen! Hör auf die Mutti! Hör auf die Mutti! Hör auf die Mutti! Hör auf die Mutti! Ein Drittel Schock! Hör auf die Mutti! Hör auf die Mutti! Oh kein, dass es noch eine Lösung, einer muss ein Risa nehmen, einer muss ein Risa nehmen, von euch! Ist mir egal wer! Nö. Ich nehm Torbion. Ja, nehm, Torbion, da mach ich das doppelt geschützt! Ja, jetzt wollen wir noch, oh, Digga, bitte! Oh, oh mein Gott, das ist gut! Weißen, klar! Wir müssen eh immer das Turret bauen oder hinter mir. Wir müssen uns aber einen Platz aus, wo wir beide reden. Ja, an diesem Point, den wir erobern müssen, da bauen wir es hin, okay? Ja, ja, okay. Bis zu uns ist nicht vorne zu machen, wir sterben direkt. Oben auch diese Balustrade da. Lass da nach oben, ja? Ja, ja, das meine ich ja, das meine ich ja. In die Richtung. Gut, dann mal los. Das wird so okay. Aber du musst hinter mir jetzt zu retten, okay? Denn sonst stirbt es direkt. Und dann sind wir am Arsch. Oder du... Und dann gebaut ist es in mir. Ja, das würde ich gerade sagen. Warte, nein, 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 nein. Da musst du dich aber da reinstehen. Hier, 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 oder? Etwas nach hinten. Hier, dann mache ich. So. Ich brauche es kurz, äh, so. Ich versuche mal drauf zu gehen. Gut, gut, gut. Jetzt musst du drauf gehen. Ich muss dich reinstellen und dann... Ich... Oh. Ja, ja, ja. Wie geil ist das denn aus? Ich gehe jetzt hier hin und schieße noch ein bisschen. Du kannst währenddessen ein Papier-Mode machen. Bitte. Bitte, bitte. Das ist die Motivation. Äh, das Schild ist weg. Das Schild ist weg. Oh, äh, er braucht die Gepitze. Das Schild ist weg. Jetzt kommt er einfach weitergebracht mit dem Boot. Äh, du schießt mir den Weg. Schießen, schießen, schießen. Danke. Oh mein Gott. Okay, ich bin... ...leicht am Arsch. Schmerz. Hallo. Zen, gib mir Heal. Alter, oh mein Gott. Schild, Schild, Schild. Ich will sterben. Hilfe. Mein Gott, Zen, gib mir endlich Heal. Ich wollte Schild. Ja, nein. Wo, wo? Oh, fuck. Ich hasse diesen Zen-Jatter, ne? Wie kann man so hässlich dumm sein, Alter? Alles selbe, Mist, ja, doch. Es ist mir halt... Ich muss dann... Ey, das ist nicht euer Ernst gerade, oder? Ja, wow, wow. 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 Mach mal deinen Papier-Mode. Ich will ihn schnell noch teambanken. Wir sind so behindert, Alter. Oh, Gott. Zu viel. Hab ne Lootbox. Lash open this shit. Epic. Ich hab ein... Elna, Highlight? Nein, Emote. Knierend. Ja! Ich hab das Knierend. Das ist das Geilste, glaub ich. Nein, Candy. Und Beachball. Ey, Frost, du weißt schon, dass man bei deinem Stream nur den halben Bildschirm sieht, ne? Ja, das gleiche, Irwin. Ich weiß. Junge, wo ist denn diese... Wie heißt sein... Ach. Okay. So. Ja, das gleiche, Irwin. Ich weiß. Okay. Ich will's jetzt einfach sehen. Ich dachte, die Kartoffeln wollte mitmachen. Lol, sag ich, hat ja fast nur... Lol. Das ist auch einfach... Ich wollte mitmachen. Ja, Kartoffeln ist jetzt weg. Kartoffeln ist schon geliebt. Also das Game geliebt. Die, er ist schon weg. Oh, lol. Wie geht's? Er hat das Spiel verlassen. Kann mir noch Eiwasser einladen. Und Ninja-Keks. Was sind das für Namen? Okay, ich heiße Kugelfisch, aber... Ah, Kartoffeln ist wieder da. Junge, ich dachte, wieso... Warte, ich lade ihn an, ja? Das kann man hier gar nicht. Ich hätte ihn auch einladen können, aber... Das sieht so scheiße aus. Mein Herr ist ein Bildschirm, ich weiß es. Wow, zum dritten Mal Hanamura, wuhu! Hanamura. Ja, jetzt ist Hanamura. Ja, jetzt sieht man aber das. Das will ich ja nicht. Kartoffeln, wir sind gerade im Schlechtensspielen der ganzen Welt. Ja. Warte, ey, jetzt sollte ich mal eigentlich nicht mehr meinen halben, also den halben Bildschirm sehen. Eigentlich sollte man jetzt alles sehen. Nein, 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 jetzt ist man wieder den halben Bildschirm. So. Warte, ey, jetzt sollte ich mal eigentlich nicht mehr meinen halben, also den halben Bildschirm. Also den halben Bildschirm, alle. So. Man sieht immer nur noch den halben Bildschirm. Immer noch. Aber definitiv besser als davor. Nein. Sicher? Definitiv nein. Definitiv nein. Aber definitiv besser als davor. Jetzt ist besser. Nein. Hätte! Es ist jetzt auf jeden Fall besser. Nein, du bist ja verzögert. Fuck. Du könntest das ganze Ding halt einfach noch ein bisschen weiter nach rechts gefördern. Äh, links. Verzögert! Du könntest das ein bisschen weiter nach links alles ziehen. Genau. Mit was streamst du überhaupt? Nein. 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 Fuck, die haben ne Bette, Mercy. Genau. Was streamst du überhaupt? Was? Was? Mama ist nicht da. Ja, ich bin so. Oh, Gott. Ja, ich bin so. Es ist 8 und schwarz. Ja, beide sind weg. Wuhu! Gewonnen! Oh, wie schlägt so das. Ciao. Nice! Ich will bei S8 heute bekommen. was? 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 Oh Gott, lass uns... Alter. Ich will noch Stu 192 werden, bevor ich den Stream beende. Letzt mal... was? Ach so, oh... Anna ist nicht nett. Killed die Anna. Recht. Wenn sie mich jetzt zieht, das ist tot. Du nackt. Danke. Der holt aus, der freut sich! Komm doch nicht hoch. Man sieht bei dir immer noch die Helden ausfallen, ne? Prost. Ist doch egal. Ist besser als davor. Wegen so richtig einstellen kann ich das jetzt nicht. Man sieht, wie gesagt... Gut. Ja, ja, Kartoffel kommt zu mir! Ach so, oh... Du brauchst jetzt keine Heiler. Ach... Wegen Sie ist Go-Einladung. Nein. Ich streame! Cool. Angriff! Angriff! Schatzzentrum! Angriff! Hanzo! Hanzo? Okay. Danke! Nee! Angriff! Ey, warte, ich hab noch einen neuen Rahmen bekommen, fällt mir grad auf! Neue Rahmen! Ey, siehst du meinen Rahmen? Der ist cool! Ja, den sehe ich! Sieht hässlich aus! Ich weiß! Ja! Oh, ist kein Silbernen! Ja! Ja! Du bist drinnen, Kartoffeln! Egal, noch neunmal Level Up! Dann habe ich das Segen Leere! Zeug! Nee! Zehnmal Level Up! Dann habe ich's mal gezeichnet! Äh! Ich werde das sowas schon machen! Ja! 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 Ich weiß, ich hab dich noch beschissen aus! Nein! Hast du ihn mal in Sicht gesehen? Erg auch gesehen, oder? Erg auch Tiger! Erg auch Tiger! Hast du, äh, Dings in den Keller, Mirasi und so! Und Tracer und so! Sind die beiden in dein Keller? Ist Moira Mirasi und so dein Keller! gegen Paragoo, also gegen Genji, gegen Tracer, gegen alles was du ganz schnell hast und was du spät treffen kannst. Dies getrickt. Achtung hinter dir! I wanna to be a Larry. Larry, is something wrong with you? Is something wrong with you? I wanna to be a Larry. Larry, is there something wrong with me? Is there something wrong with me? Ja. Bitte rest mich. Bitte, sei kein 1,18er Mercy. Sei 1,18er Mercy. Sie geht noch an mir vorbei und juckt es einfach nicht. Vielleicht hat sie keinen Riss mehr. Vielleicht denken sie doch einfach gerade nur so, nö, kein Bock mehr. Mein Gott, dieser Rainer, das ist so schlecht. Ich hab vielleicht auch mal am Point gedacht. Nein! Eppich alter der am Point erobern. Also du stehen musst. Ja scheiße. Was ist das? Oh, fick dich lieber. Alter, wir haben so eine 1,187. Fick dich um! Äh, die, 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 ähm. Ähm. Oh, der ulti ist selber ohne Grund. WG. Ich ulti! Dann ulti! Oh, ich bin tot. WG. Perfekt nicht. Das läuft auf jeden Fall nicht. Selbst jetzt bist du bei mir oder was, wenn alles schief geht? Da würdest du nur 1,187 anlassen. Ich mein, das kann fucking ernst. Ach so! Ja, viel! Was haben wir denn? Alter, warum bist du gerade gestorben, Alter? Schlecht. Wir haben bis 100. Wir haben einfach so ne Mercy, die ist im Spiel. Ich glaube, wir haben so ne 1,187, na Mercy, die auf alles befindet. Nein! Au! Au! Robo, Robo! Kein Bock mehr, Alter. Ich spiel jetzt. Ich spiel jetzt, äh, Hanzo. Hanzo. Junge, willst du noch mit deiner Karriere zerstören? Nein! Mein Gott! Nein! Der Dumme Wix, das findet einfach extra sein Sch... Oh mein... Du bist mir safe. Hallo. Hallo. Da, da, da ist ein Soldier. Ja, hab ich. Ha, opfer, opfer! Nein! Bitte arrest mich einmal! Einmal! Nein! Okay, der hat mich diesmal nicht gesehen, aber die wollten den Soldier arresten. Ja, jetzt hab ich gewonnen haben! Ja, jetzt hab ich gewonnen haben! Wow, ich bin an... ich bin an Fire. Au, ist das Pustebild? Nein! Kugel felsch, Kugel felsch, du bist so cool und inkompetent. Ganz genau. Schreib mal was in die Gruppe, irgendwas. Kannst du mich? Ja. Irgendwas in die Gruppe. Mhm. Perfekt. Aber warum? Weil du guck mal, wenn du Level Up bist. Saut aber noch einen. Du hast ja 6.000. Ja. Alter, dein Maul, oder? Okay. Homo, also... Okay. Das ist ein Deutscher. Aber wieso? Ja. Ich werde gleich die Frage stellen, wieso er mich nie halten will. Sorry. Wieso? Aber... Aber... Halt... Du... ...verfass dich ein echtes deutsches Lüge. Und... Und... Hilfe! Hä? Häh? Nein! 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 Dieses hästige Drunkwirt-Viech! Darum kümmere ich mich jetzt um dieses Viech! Falls ich geheigt werde! Ich schneide ihn! Nein! Das ist zu viel! Das ist zu viel! Nein! Ich habe das Baby Diva 1 vs. 1 gewonnen! Wow! Ist ja auch so schwer mit Diva! Ich habe das Diva 1 mit! Ja! Ach! I hate myself! Hä? Ist da überhaupt jemand beim Punkt? Nein! Irgendwie nicht! Nicht wirklich! Jetzt aber! Jetzt aber! Oh! Oh! Jesus! Oh mein Gott! Sie rannt mich zum ersten Mal! I love myself! I love myself! I have saved! Komm! Ja, ich habe wieder gerannt! Ah! Ah! Warte mal kurz, Leute! Ah! 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 Baba! Er ist! Oh! Ich nehme mal an der Schlamm! Dann ummelte ich rein! Äh! 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 Dieаться und Drumge tanzen? Äh! F Tá! W nutridosist V enormes E virtuhaft Oh, das war ein Headshot. Eine Meisterlechte. Noch ein Headshot, noch ein. Danke, endlich. Ähm, Eivett. Ah! Eivett. Eivett. Ich weiß, dass ihr mich gehört habt, GG. So, dann bin ich wieder da oder so. Nein, jetzt hab ich... Los! Junge! Ich rasiere. Und ich bin lau. Da oben ist noch einer. Hesek. Huuu! Da ist noch einer. Huuu! Okay. Ich brauche nicht so ganz dringend hier. Ganz, ganz, ganz dringend hier. Mein Gott, Mercy, hilf mich doch! Nö, hat sie jetzt erst zum Medium. Ne, du gehörst jetzt zu mir. In my big, du bist so schön. Mein Gott, diese Range von Moira ist so übertrieben. Nö, ich rasiere zu sehr. Ja, danke. Das ist auch mal ein... Lass! Seh! In! Wo? Nein, da ist ein Affe, da ist ein Affe, da ist ein Affe! Der habe ich. Der Affe ist tot, der Affe ist tot. Huuu! Dann, dann, dann! Dann ja. Dann ja. Oh Gott! Die kommen wieder! Ja... Mehr! Oh Gott, von hinten, chest! mein gott was ist das verstehe manchmal nicht wie der max ist und man selbst zerstören kann da ist ein knopf drinnen ja aber willst du sie sich die ganze zeit da ist mein highlight alter guck es an die staune eine hansu skills okay ja und staunen bestaune sie ja ja und seine leiste mit dem tag hast du diese hat es gibt es gesehen war heftig oder er kommt wir tun jetzt so dass wir mit ihr bleiben du bist ja nicht cool ich bin wir noch wirklich mit dem intim ja gerne ich habe einen roboter schwarz falls man damit was anfangen kann ja guck mal hier also ich war weg habe ich die gleiche dinge gesicht drin ok macht kein piste machen kein piste fiestig oh mein gott dazu bezahlt dass ich bringe ihn um ja ich bringe doch nicht um weil der weil der war der solcher hat mich umgebracht ja es wird lang schätzt ihr wer entsprochen für level für mal zweiten sternen 30 oder was meinst du für 30 also nee wie lange wie viele tage allgemein verstehst was ich mal nur 30 nie bei welchem bist du der jahre neuner sie kriegt man die sie ja es halt so das meinte in einer Woche kriegst hey das voll aber also nach den vierten wenn er sagt er solltet sein aber er zum Fick ist Kiel liegen da auf die Welt auch hier ist das lauchtiger ich hab's in die gruppe geschrieben vielleicht mache ich das auch tiger die ganze zeit nicht scheuen hier schon in der runde du musst du musst okay okay was muss machen sag mal du musst genau in die mitte du musst dich direkt hervorstellen oder genau in die mittel des basketballs kops erzielen ja ein fadenkreuz und dann schlagen war nicht genau in die mitte ja bei kürz spray sie sind so gut wir haben wir haben ein hieler ein tank kartoffel und rauchtiger und rauchtiger nimmt nichts auf die gar tank wäre und super kartoffel auch die dort anscheinend doch kartoffel joint ein lauf mei oh mein all die drei tanks ja das war ironisch gemeint ja ich weiß ist meinst du auch wirklich gewaltt oh mein gott los kartoffel lasst die kartoffel in ruhe so ein headshot auf jeden fall und ich hab uns so ich bin jetzt auch erst dabei auch fragt während dass mich die weibach schon geholt hat ich hab auch schon unser besetzt nicht ein ich kann nicht sehen ja bis zum kind oder was die gruppe was auch kurze schnackstil also ich erinnern gestern habe fand ich so lustig ist vor seinem lustig haben wir nur geworst leidet ich würde mich ja macht da wo ich mir noch frei ein 1 1 und sagt dass ich jemanden runterhocken kann und mein traum war ich kann mich nicht mehr bewegen ich bin gefahren ich kann heute aus star wars Der Clown-Boss. Das ist doch heiß, wie geil. Der soll voll scheiße sein. Ah, nein! LOL. Das... Ich will das nicht gleich sehen. So... Er war eigentlich voll gut, der Drache. Da waren eigentlich voll viele drin, aber die sind alle rausgelaufen. Ja. Einer wird bald sein erstes Schlamm bekommen von den Gegnern. Aber hier oben stehe ich weg. Mein Gott, ich hasse euch! Ja, ja. Ihr seid alles Arschlöcher. Ich mag euch nicht mehr. Oh mein... Das ist Mobbing auf ein neues Level. Jetzt. Oh mein... Wie? Nenn mir einer der hundert Gründe, wie ich das geschafft habe. Wenn das jetzt Rando war, ich fäng mein Leben. Nein, es war ein Rando. Okay. So close. Oh, ich hab die Widow geheadshotet. 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 Pew! Pew! Ashshot! Ashshot! Oh Gott, ich werd sterben. Der Punkt gehört. Ich bin auch hier. Hallo! Oh, da! Ah, komm, f*** dich doch, ey! Ah, komm, f*** dich doch, ey! Ah, komm, f*** dich doch, ey! Kannst du es fühlen? Nein, ich fühl's auch! Ich bin nur ein Monster mit 100... Ah, boah! Oh, ich hab noch mal die Widow geheadshotet. Ich? Ja, ist schon. Nein, ich bin abgestürzt, aber egal. Hey, Jumi, ich hab sie einfach nur geheadshotet. Ja? Ich hab grad mein Hund reingemaltet. Und ich hab nur ein Nalo-Bus-Kartoffel. Hab sie weggeskillt, ja? Weggeskillt? Das hast du auf einen Bord? Weggeskillt, Alter. Ja! Immer wieder, wenn du runter... Immer wieder, wenn du runter... Ich denk nicht, du stirbst. Heilung. Duke. Hui! Danke! Danke! Hilfe! 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 Kann uns! Ey, du hast doch ein Handschill abbekommen! Ich will auch... Doch nicht. Seien muss auch. Nein, die... Willow werden wieder... Stark! Wir haben gewonnen! Ich hab auch gebt, den Daumen nach oben! Ich werd... 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 Ich werd mit Dings... ähm... ... mit... McQueen... ... dass sie einen Trickshot verliessen. Was hat das? Sie waren einfach grad mit ihrer Matrix in deinem Drachen denn hier standen. Echt? Ich hab grad dich. Ich fang dich ab. Ah, ist okay. Junge... Ey, bitte... 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 Kartoffeln, bitte lass mal. Ich will mal erstmal versuchen. Fick dich. Hopfer. Hopfer! Hoppa! Jetzt war ein Diva genau... Hä? Hallo. Hallo. Ne, Rotokolle. Hallo. Jetzt haben wir keinen Heiler mehr. Warum bist du Topian-Ridiot? Du bist Anna! Bestandenwandler! noch leider einen Flachabend? Beschreiben hier. Ich gibt ne hier... Fieldintrag. Und du hast ein Klaampoo vor細 nutri. Ich brauch einen Heer oder tenemosour. Sie brauchen einen Heer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hä? Ich glaub ich hab dir die Kuh von einem Fisch oder so. Hä, was? Was hast du gerade gesagt? Ich glaub dir die Kuh von einem Fisch, nicht von einem Kuh von einem Fisch. Henshi, kletter doch du dummer Piku und so, ey. Henshi ist ein cooler Typ, ja, ist mein Bruder. Hab ich ihn schon fast umgebracht? Ey, Kartoffeln, kannst du deine Ahnung boosten? Hi. Okay, du hast feststanden. Alula. Oh mein Gott, was will der? Warum Solo ulti? Ey, hol die Pharah, ich hab die low gemacht. Ja, irgendwie hab ich Solo geultiht. Ähm, GG. Ganz, ganz knapp vor mir. Fuck yeah, that would I like it. That would I like it. Also ich hab ungefähr... Da sind drei Leute auf dem Punkt, ne? Oh, na, ne Boots. Wir sind ungefähr gleich weit mit der ULZ Kartoffeln. Fuck yeah, that would I like it. That would I like it. That would I like it. Gott! Einig du hier. Mein Gott, ich hasse Sombra. Warum gibt es sie? Nein, fuck! Nein, du sollst ja Moira hassen, wieso sie ist gut. Und jetzt stell die Frage nochmal. Nur eben anders formuliert. Du musst sagen, ich hasse Moira. Und wieso wurde sie erschaffen? Nicht schimpfen. 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 dein leben seit wann ich will einfach immer von der von oben bombardiert dann kommt der schweißer von der seite und staubt ab ich hab ich nicht vermisst spiel danke los ich habe so lange wie ich konnte jungen ein bieter kanzoffel da muss irgendjemand anderen ich werde nicht mehr rechtzeitig kommen wusste mich ich bin ganz ich ich bin gut dafür also muss noch immer ist auch ganz heißen ich bin tot jetzt tue 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 wirst du was ich bin ja ich bin hier ein kack in die mitte des korps direkt vor dem teil du musst stehen du musst stehen ah danke hast du mir so früh gesagt ich hab's dir gesagt aber du hast trotzdem weitergemacht ok niemals ist der geht okay warum nicht ach egal mein gott warum macht das so viel damage keine ahnung oh mein gott alter mein gott so hart weg ich geh einfach nicht der gruselige jahresrückblick was was nein ein hittubadkar neuschelung macht es ist 2070 das gruselige jahresrückblick jo jetzt komm guck es ist ja ich geh doch ok guck es ist komm und rauchsieger hier heilbus da ist aber jemand der wird uns gleich runterkicken ich wette ich bin da kartoffeln keine sorge so da da kartoffeln ich schwöre ne ich bin ihre mutter um da hat mir mutter ja leider poliz brinkelz die jahre im daumen almost breaking immer die fresse die lucius stimme regt mich voll auf alle ich bin auch bei lucius da ich bin auch da mit kleiner franz oh mein gott kartoffeln halt ich bin bereit zu jeder zeit ist egal was da passiert wenn wir das gewinnen sind wir verheblich ja ja bist du das nein wo es leid alles klar verpisst euch von mir mein gott ey es regt mich so auf ne es regt mich so auf verpisst euch doch das in die s pick euch alle anderen in gelett doch die geht bitte auf den punkt und macht die scheiße himmelberger ja ja ich bin da heilungsboost heilboost a one nine thousand boah seid ihr da komm ein ein erläuter sind nicht mehr gestorben von etwas heilung ups falscher chat zusammengeschrieben ja dann wird's cool so raus bitte raus bitte sofort raus ja bitte sofort raus ich geh raus ich wünsche ja ja komm runter wartet so ja nein ah das selbst warum spielen wir eigentlich immer dieses hässliche spiel weil es hässlich ist warum spielen wir überhaupt ranked wenn es gar nichts bringt weil es doch mehr weil es mehr erfahrung bringt erfahrung naja ich bin bei 16.000 ja ich bin bei 10.000 spätestens 16 uhr 30 ich bin bereit zu jeder kings froh ja ja ich bin widowmarker widowmarker ey 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 komm mal mit komm mal mit komm mal mit komm 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 mit töte ihn nicht töte ihn nicht warte freundschaftsanfrage von orange guck mal sein kopf schwebt freundschaftsanfrage von orange sein kopf schwebt ich habe geil aber wusste ich ja gar nicht das steht einfach bin ich heftig ja du musst ein du musst ein zauberer wie mccree nur auf einem neuen level ja ich kann mich hinsetzen ach du da ist jemand nein er kommt komm mal kurz zurück ich hole mir jetzt einer Hilfe was tut der ich bin bereit Andreas hi ich bin bereit Hilfe lass ihn lass ihn und greifen sie mich an was was tun sie oh gott die fühlen sie jetzt bescheiden ich helfe dich Leute hat der äh 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 setz dich mal hin setz dich mal hin ich setz mich hin ich setz mich hin wie geht's dir? alle? alle? hey du und ich hab nur ich hab das mach mal diesen schuss jetzt mach mal diesen schuss das ist so dumm komm jetzt komm ich hab eis lieb und du gibst ihn dir ein headshot ok? ok machen wir wenn du triffst ja 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 ich höre und genji ich auch da 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 hier draußen hier draußen ja warum greift uns alle an was ist das haben wir falsch gemacht weil wir schwarz ich bin bereit zu jeder zeit schon bereit zu jeder zeit mit mir zuerst auf friedlich dann sieht sich ein er wird sie dann hält das ist aber die werden nicht wir haben zu erinnern wir hören zu erinnern ist immer nett sein okay kartoffel sabotieren nicht unser was war überhaupt mit krieg ist egal ob angriff der verteidigung ob er fährt ich bin bereit zu jeder zeit ich bin angst gelten aber anderen 1000 sogar an der 1.800 988 da an das ist an der 1.000 8999 ist unter 9000 das andere und eine prozedur also nun aber warum wird aus der stelle haben schon hier ein 1 1 1 kreis auch gar nicht mehr zum team schätzt ich war einfach zu dumm in die einstellung das einzustellen auch zu�장 ich bin ich muss einen stimmenden ja schießen wieso mystery hey ich gehe mal kurz zum gruppen warte warte ein kentrennen ein kentier wird die mieter warte jahre und die jenny jahr ein viel mit der welt der ein so bergte jungen fahrrad die kentierer fähre als zentralium hat auch für warum spielst du immer kann mann ja das heißt auch gefragt das ist gar nicht hier drin eine frage die ich leidungsbeantworten Ich geh wieder in Gruppen-Dingsbundes. Ja, ich auch. Hi. Hallo. Lange nicht gesehen, ne? Ja. Ich schwör. Hilfe! Okay. Du, du, du... Moira war eben einfach so low, weil niemand ist auf sie gegangen... HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH? Bei mir ist gerade ein Bug passiert, GG. Guck, ist Sunny jemand... Und Mercury hat einfach ein 7er-Schutz. Obwohl er nur ein 6er-Magazin hat. Wir werden alle sterben! ich werde stufe 290 bin ich sollte sagen wer hat es einmal oder 10.000 damit ist wenn ich zu viel ein charakter spiele und verliere ich einfach ist das ist der blab bei der städte Freizeichen auf die durchsteu a da ist ein mädchen wo es war nicht mehr zu besorben Euro nur als die Geltung na 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 wir werden verkacken wir müssen müssen zuerst einen punkt einnehmen ja schon Platz einnehmen ja ja mehr welchen da kann ich gehen warte mal hey Kugelfisch komm mal kurz rein in den Raum komm mal kurz in den Raum warte oh mein Gott habt ihr das gesehen guck mal mach mal diese Stämme weg Stämme weg Stämme weg du kannst es auch selber machen ne mach den anderen das ist Junge habt ihr es gerade gesehen ich habe einmal mit mit den 300 getötet und dann auch mit Headshot bei der Fähre das war Meister ja Meister auf den Scheißhandel gebt er noch ein Headshot noch ein Headshot ne das war kein Headshot ähm noch ein Headshot noch ein Headshot nein das war kein Headshot Junge ich hab grad Riebchen rasiert ja nein doch habe ich in der Krieg der Ecke und ich vermischt es folgen mir mal kurz folgt mir mal ich sag dir wie du mit drei Old machen kannst ok mach ja hab und ich glaube aber nun dein Old funktioniert gut wir müssen ja er sagt jetzt kommt 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 vor allem gesagt was bedeutet das ist sein Getränk glaube ich oder Scheiße trinkt auch mal ne dummer Genji ey der dann nimm halt den Verkarrt du wirst dann zum Point rein ulpen ok so krass oh mein Gott da ist ein Genji mein Gott da ist ein Genji wird sterben ich wird sterben ich denke ich denke ich denke ich denke ich denke ihn doch ab jetzt nein Genji ist schon fast tot warte warte wir töten ihn ja getötet jetzt musst du eigentlich rein ulpen ah doch nicht doch bringt gar nichts mehr wir haben es doch schon perfekt ist keine ja wir haben es geschafft 30 Sekunden und schon ich bin bereit zu jeder Zeit und ich bin schock ults ihr fickl und da ist ein Kill mit der Ults und da ist noch ein Kill lupada la ba la la ba ja la ba ja auch kommen Elie mit der 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 mitgliedert werden welche Goldwaffe Niemann hatte Goldwaffe zu feiern und er hat den Games Kind der war direkt Stufe 71 Junge das ist nicht mehr normal das ist es sei denn der Hügel ist im Matches gespielt und war Gold eingeladen hat aufgehört ungefähr so eine Richtung dann kann ich nur vorstellen er ich werde jetzt ne richtig geile Ulten machen ich kann doch keine Ulten hinlegen da bei mir sind alle Genji, Roadhog ich kann auch keine Ulten machen keine geile wenn ich dann erst sterben oder meine Ulten wird manipuliert ich bin bereit zu jeder Zeit ich hab mich eingesperrt ich hab mich eingesperrt hier? mit au, wirste jetzt ich hab sogar 6 HP kassel kommentiert kommentare na klar dafür kein hate zurück nein hör auf kann sozusagen ja auch viel darf ich sagen raufkrieg bei mir unsere und kombinieren auch wenn das irgendwie kreppig enden wird nein das ist eine der besten kombos im spiel aber bei mir dauert ja wie weit ich bin ich mache meine old voll ich weiß wie das geht mit mcg ganz easy ja ich mache meine old voll ich glaube ich ich werde sie erst auf 56 hoch machen dann wird ja ich hab uns auch nee du bist erst soweit ja ich werde es schaffe ich mache jetzt meine old voll sollte eigentlich ganz easy klappen bin jetzt schon bei fünf jetzt bin ich bei 60 jetzt bin ich bei 70 jetzt bin ich bei 70 kurs ist gleich schneller als gesagt kommen dann links links sicher ja soll ich holten ich holte der holte jetzt ja und auch ja links sagst du du bist so dumm alter mach das stelle ich genau hinter mich habe ich aber ich habe erst bei 80 ich muss schnell fahren dann mach da jetzt noch ach 92 mach die wand mach die wand mach die wand mach die wand wann isa fuck dieser headshot ist legendär 95 du kannst schon mal geh da nicht schön da ist mcg meine ult ist ready hinter dir ist ein roadtruck hinter dir ist ein roadtruck aber meine ult ist auch ready das war viel zu schlecht geultet das war viel zu schlecht geultet wie frisches ulten alter nur sehr gemerkt in liebe ultet er ist cool ja er macht spaß war das dein bruder ne das ist ja auch immer da auf dem punkt ist geht raus wotr 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 ich geh da mal tschau leute bye wo hin es ist nicht ne richtige ranked runde das ist okay ich gehe ins kino ja ja was ich mal kurz ich kann mal kurz ein stream von der welt von mega Leute, es war schon Zeit.